Die Feder ist eine äußerst mächtige Waffe. Die ideologische Literatur muss jetzt eine vollständig sowjetische konsolidieren. Wo ist mein Mann? Mein Vater ist Schriftsteller. Er hat sich immer bemüht, seine wahren Absichten vor dem Leser zu verbergen. Und wenn ich etwas ausrichten kann, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun. Gleich wird er sagen, zu welchem Preis. Sorgen, haben wir Bedenkzeit? Seht nur, was für eine mächtige Waffe ein gesenkter Blick ist. Er gleicht einer wortlosen, totalen Kapitulation. Sie denkt, ich lebe und rächt das Volkzweige verdient den Tod. Stopp ich! Stopp ich! Er wurde angeklagt und... Ein ausgestopfter Tiger und ein Löwe. Zeugen der Geschichte in diesem Museum, das das Vergessen aufbewahrt.